Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich kurz über das Thema sprechen, was mich viele fragen oder was oftmals ein Thema ist. Ich weiß nicht warum, ist nämlich der Unterschied zwischen einem Freelancer und einer Agentur bzw. wann darf man sich als Agentur bezeichnen und nicht. Da habe ich für uns eine Website rausgesucht, die das relativ schön erklärt hat und möchte mit euch mal ganz ehrlich und offen darüber quatschen. Man kennt das ja, das typische, wir sind eine Webagentur oder Freelancer und so weiter und so fort. Diese Unterschiede sind jetzt für manche so interessant, weil sie sich vielleicht auch wundern, für manche ist es eben verwunderlich, wenn zum Beispiel bei einer Webagentur sie eine Ansprechperson hat. Das ist zum Beispiel das Beispiel bei mir. Bei mir kennen die Kunden nur mich als Ansprechperson, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, kennen die Personen meist auch nicht. Ich hatte zwei Jahre lang ein Büro, habe jetzt auch noch im Büro, arbeite aber die meiste Zeit von zu Hause und habe jetzt nicht so diese klassische riesige Agentur, wie man sich es vorstellt, aber trotzdem aus meiner Sicht eine Agentur und da gehe ich gleich noch darauf ein, was aus meiner Sicht eben da den Unterschied macht und werden wir uns das mal kurz anschauen. Also als Freelancer grundsätzlich mal zu bezeichnen, weil als Webdesigner kann man natürlich auch Freelancer sein, Grafiker und so weiter. Das ist dieser neue Begriff, dieser moderne Begriff, das gibt es bei uns in Österreich per se jetzt in keinem gesetzlichen Rahmen wirklich reguliert. Das, was eben bei uns am nächsten kommt zu diesem Begriff, ist ein Freiberufler. Jetzt ist es aber so, dass ein Freiberufler per se ja auch ein Gewerbe benötigt, im Normalfall um das Ganze zu versteuern, genauso wie man das als Agentur benötigt. Eine Agentur kann genauso von der Einzelperson, so wie von mir geführt werden, ist aber trotzdem mit mehr Leuten. Es kann aber genauso gut sein, dass eine Webagentur mit einer GmbH-Struktur, OG-Struktur oder sonst irgendetwas gemacht ist. Das heißt, das sind für mich keine Unterschiede. Die Unterschiede liegen, glaube ich, dann eher darin, dass man eben sagt, und das ist auch das, was bei den meisten im Kopf ist, auf was für ein Wissensspektrum oder Dienstleistungsspektrum greift man zurück. Bei Freelancern ist es wirklich so, dass es meist ganz, ganz klein ist. Also in dem Sinne, dass man sagt, okay, du hast wirklich einen Programmierer, der da gewisse Sachen programmiert, aber auch nicht mehr. Der macht nicht das Webdesign, der macht nicht die Grafik, der macht nicht sonst irgendetwas. Bei einer Agentur ist es eben so, deswegen gibt es auch den Begriff Full-Service-Agentur, das eben mehrere Aspekte zusammenführen. Zum Beispiel Grafik, Design oder auch Webdesign dann in dem Fall, Programmierung, vielleicht auch noch Marketing und so weiter und so fort. Das ist eben das, was ich ja auch anbiete. Ich biete ja nicht nur Webdesign an, sondern bin ja auch eingetragene Werbeagentur. Also ich biete auch eben an, dass ich den Leuten beim Webauftritt generell helfe. Das hat mit YouTube zu tun, das hat mit Marketing zu tun, mit Online-Marketing-Themen wie E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Das heißt, automatisch greift ein Kunde bei mir auf ein größeres Spektrum und Dienstleistungen zurück, was jetzt nicht gleich heißt, dass ich das alles selber mache. Denn wie gesagt, ich habe Freelancer, die in ihrer Form wieder perfekt für eine gewisse Aufgabe sind. Das sind dann eben entweder Programmierer, die irrsinnig gut darin sind, aber vielleicht nicht so ihre Stärke haben in der User Experience. Da steige ich dann wieder ein, dass ich sage, okay, was gehört auf die Seite, was nicht. Ich sage zum Beispiel Programmierern dann, wir sollten es so und so machen, weil das ist auch etwas, was dann den Besucher, was der Besucher versteht unter Anführungszeichen. Und genauso gut habe ich dann eben Grafikleute, auf die ich zurückgreife und auch Leute, die Texte für mich schreiben. Die sind jetzt nicht direkt bei mir, also nicht direkt angestellt. Manche sind schon direkt angestellt, aber die sitzen dann nicht direkt bei mir im Büro, weil ich das nie so wollte. Aber das hat mit dem nichts zu tun. Deswegen sage ich auch, habe ich eine Agentur, weil eben auf ein größeres Spektrum zurückgegriffen wird. Jetzt sagen vielleicht manche, okay, eine Agentur muss minimum 10 Leute haben und die müssen in einem Büro sitzen und fancy ausschauen und ich weiß nicht was. Das ist alles völlig in Ordnung. Das kann jeder für sich selber auslegen, was eine Agentur ist oder auch nicht. Aber alle meine Kunden wissen, wenn ich mit ihnen spreche, wie es dahinter ausschaut. Also ich sage ihnen wirklich ehrlich, sie haben mit mir Kontakt und dazu kommt dann aber auch noch sowas wie eben Freelancer, die mir bei gewissen Aufgaben helfen oder wenn es eben zu Knackpunkten kommt, wo ich dann ganz auch ehrlich sage, zum Beispiel Programmierung bin ich nicht der Beste. Das macht dann wer anderer. Bei mir ist es Design und Marketing, die meine Stärken mittlerweile sind. Und ich habe gesagt, ich fasse auch nicht mehr alles an. Ich habe eine Zeit lang früher, um eben diesen Agenturcharakter zu haben, auch wirklich alles auf der Webseite gehabt. Also angefangen von Grafik über Webdesign, Programmierung, ich habe sogar IT-Wartung, Netzwerk, Technik und so weiter. Das sind alles Themen, die ich kann, aber mich nicht darauf spezialisiert habe. Darauf, worauf ich mich spezialisiert habe, ist eben mittlerweile Webdesign und das im Besonderen mit WordPress, weil ich einfach den größten Mehrwert darin auch für meine Kunden sehe, inklusive dem Zugang jetzt mittlerweile zu YouTube-SEO, das heißt Videomarketing zum Beispiel im Besonderen als Überpunkt, Online-Marketing, E-Mail-Marketing und auch dieses digitale Produkteverkauf und so weiter. Das hat auch einen Grund, dass ich das alles selber mal probiert habe, um auch zu sehen, ob ich damit was anfangen kann und auch jemandem was weitergeben kann. Also ich habe da viele auch schon unterstützt, die ihre eigenen Online-Kurse aufgebaut haben oder ihren eigenen Webauftritt aufgebaut haben. Genau, das ist so jetzt die grundsätzliche, ja das ist so diese grundsätzliche Unterscheidung, wobei ich finde die Unterscheidung etwas schwierig. Der normale Weg, den ich meistens sehe, ist eben, dass jemand, der vom Freelancer zur Agentur wird und immer mehr Leute dazukommen. Weil im Endeffekt, wenn 10 Freelancer in einer Agentur sitzen, die jeder in einem Part haben, also 10 Freelancer in einem Raum sitzen und jeder seinen Part übernimmt an dem Projekt, ist es für mich schon eine Agentur. Weil, ja, jeder übernimmt seinen Part und der Kunde greift auf das Spektrum zurück. Was mir aber jetzt wichtig ist bei diesem ganzen Thema ist, viele fühlen sich, wenn sie reinschreiben, zum Beispiel Webdesign-Agentur aus Wien, fühlen sie sich schlecht, wenn sie vielleicht alleine noch derzeit zu Hause sitzen. Würde ich jetzt aber nicht machen, sondern es kommt sehr auf den Kunden drauf an. Wenn der Kunde euch auswählt und sagt, ich möchte von euch ein Projekt haben oder ich möchte von euch ein Projekt umgesetzt haben, dann seid einfach ehrlich zum Kunden und sagt, wie es ist. Also ehrlich im Sinne von, wie viele Leute in der Agentur sind, wer übernimmt was. Ich sage meinen Leuten ganz genau, wer was übernimmt und sollte einer bei mir im Projekt einsteigen, eben im Sinne vom Freelancing, dann wird er auch bei meinen Kunden vorgestellt, auch wenn nur kurz, aber die wissen genau, wer welchen Part übernimmt. Also ich bin da komplett transparent und möchte das auch so behalten. Und das ist auch das einzige Thema, was ich zu diesem Freelance-Agentur-Thema sagen möchte. Ich denke mir, jeder soll es machen, wie er glaubt. Jeder, wenn ihr eine große Agentur haben wollt, habt eine große Agentur, wenn ihr eine kleine Agentur haben wollt, habt ihr eine kleine Agentur. Wenn ihr Freelancer sein wollt, dann seid Freelancer. Das geht ja auch mit ein in dieses digitale Nomadentum, dass man sagt, okay, ich möchte digitaler Nomade sein und bin Freelancer, der rund um die Welt reist. So geht es vielen meiner Freelancer, mit denen ich arbeite. Die wollen gar nicht in der Agentur sitzen oder so. Ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich denke mir, da respektiert man einfach die anderen in dem Sinne, was sich für sie gut anfühlt. Genau. Das wollte ich dazu sagen. Das heißt, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen mal einen Einblick gegeben. Ich kann euch gerne, dass ich diesen Blogartikel von Kopf und Stift da reingeben. Den fand ich ganz nett geschrieben, sehr kurz geschrieben. Und die eigentliche Frage, die dann jetzt noch aufkommt, und das finde ich fast interessanter, ist in welcher Form jetzt der Kunde die Auswahl trifft. Weil es geht ja darum, wenn ihr solche Dienstleistungen anbietet, egal ob ihr als Agentur, Freelancer, zu 10, zu 2, allein, wie auch immer, kommt es eher darauf an, in welcher Form kommt ihr dazu zu den Kunden. Und ich glaube, beim Kundengespräch dann filtert sich ja eh heraus, was der Kunde sucht. Manche Kunden wollen zum Beispiel Freelancer, die eher flexibel sind, auch mal in der Nacht arbeiten oder nicht. Bei einer Agentur ist es halt wirklich so, so wie bei mir, zwischen 9 Uhr, sage ich jetzt einmal, und 17 Uhr kann man mich erreichen. Es ist auch so, dass es in diesen Zeiten geschieht. Sprich, dort arbeite ich dort auch für meine Kunden und bin auch für diese erreichbar. Freelancer sind da ein bisschen anders oder dieser typische Freelance-Charakter, den die Firmen im Kopf haben, ist eher ein bisschen eben dieser digitale Nomade, der rund um die Welt sitzt, mal da anruft, mal nicht. Der lebt dann vielleicht auch in verschiedenen Zeitzonen, weil er immer herumreist. Das ist dann alles etwas schwierig. Also ich weiß das selber von der Kommunikation mit einigen meiner Freelancer, da kommt es schon ein bisschen schwierig, weil da fragst du ihn, der Kunde hätte gerne morgen in der Früh das Ganze und er hat gesagt, hey, bei mir ist es 2 Uhr in der Früh und ich bin gerade am Schlafen gehen, außerdem morgen in der Früh muss ich am Strand noch etwas machen. Das ist halt nicht dieser Agentur-Charakter, den man hat. Und bei mir hat es ganz klassisch einen Agentur-Charakter, weil ich immer erreichbar bin und auch immer da für meine Kunden bin. Das heißt, schaut euch das einfach an. Ich glaube, es ist einfach nur eine Sache von wie man das dann mit dem Kunden kommuniziert, weil der Kunde möchte und das haltet immer im Hinterkopf für alle, die eine Agentur aufbauen wollen, haltet im Hinterkopf, dass der Kunde kommt zu euch, um ein Projekt umzusetzen oder der möchte ein gewisses Ziel erreichen. Der Kunde kommt zu euch und sagt, ich habe eine Idee von einer Webseite, könnt ihr mir die umsetzen? Und wie er an das Ziel kommt, ist den Kunden meist relativ egal. Der möchte einfach nur eine gute Betreuung haben, das Endresultat muss passen. Ob er das allein macht mit Freelancern, wie auch immer, völlig egal. Also das könnt ihr euch selber aussuchen, deswegen könnt ihr auch selber sagen, wie ihr euch wohlfühlt. Wollt ihr eine Webagentur mit Mitarbeitern, wollt ihr keine? Wollt ihr nur als Freelancer auftreten? Wollt ihr als Agentur auftreten, seid aber allein? Genau, das wollte ich euch mitgeben. Das heißt, wenn euch das Ganze interessiert, dieses Thema, kann ich euch empfehlen, euch da einfach ein bisschen einzulesen und euch eure eigenen, wie soll ich sagen, eure eigenen Gedanken sich dazu zu machen, aber ich wollte das mal einmal jetzt erklärt haben, weil mich so viele fragen, ja, was ist eigentlich der Unterschied und ab wann ist man eine Agentur und hast du überhaupt eine Agentur oder wie auch immer. Ich sage, mich interessiert das genauso wenig, wie das jemand anderer macht. Wenn er gute Arbeit leistet und die Projekte zu Ende kriegt, kann das einem eigentlich völlig egal sein, wie er es macht. Ja, aber natürlich, Professionalität findet dann eine Agentur mit 10, 20 Leuten auf jeden Fall statt, weil das Spektrum auch vorhanden ist. Das wollte ich einfach nur dazu sagen. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gewohnt, würde ich mich sehr über einen Kommentar und auch über ein Abo freuen. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann kriegt ihr immer wieder die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video aufgenommen habe. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen, produktiven Tag. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, in die Kommentare schreiben und wir sehen uns im nächsten Video.